Dieses Format wurde schon so oft angefragt, ob wir das mal machen können. Und zwar ist es, die Dias sagt jedes Mal, wenn ich was sage mit meinem Namen vorne, muss das gemacht werden. Wenn jemand etwas macht, wenn ich nicht die Dias vorher sage, dann fliegt er raus. Ich bin mal gespannt, wie ihr das findet. Das ist auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Und wir gehen direkt rein ins Video. Let's go! Die erste Runde beginnt und das fängt direkt auf der Skin Contest Map an. Und ich bin mal gespannt, wie das hier funktioniert. Okay, was macht ihr? Ich hab noch gar nichts gesagt. Ich hab noch gar nichts gesagt. Ich springe alle runter. Das Spiel nicht verstanden oder was? Auf einmal jetzt hier alle... Die Dias sagt einmal hier, bitte alle runterkommen. Ja, okay, die machen das schon mal gut. Ihr seht schon, die Leute werden hier frech. Sehr gut, okay. Die Dias sagt, alle einmal im Kreis drehen. Okay, okay, das machen die schon mal alle richtig gut. Sieht schon mal gut aus, sehr nice. Die Dias sagt, einmal alle springen. Okay, ich darf das nicht nachmachen. Sonst wirst du vormachen, sonst wisst ihr, was ich mache. Okay, warum springen die nicht? Also einmal springen, ne? Okay, ja, alle springen. Okay, jetzt einmal bitte alle zu den Protesten laufen. Okay, der erste ist raus. Zack. Einmal bitte irgendwo warten. Hm, was können wir noch machen? Die Dias sagt, einmal bitte alle zu den Protesten hier, wo ich jetzt auch bin. Ja, okay, okay. Das passt schon mal. Äh, die Dias sagt, einmal wieder im Kreis drehen. Mhm, mhm, okay, gut. Die Dias sagt, wieder alle runtergehen. Die Dias sagt, einmal springen. Ja. Die Dias sagt, einmal hier hinlaufen. Alle einmal hier auf den Podest drauf. Okay, das ist schon mal gut. Ja, okay. Ich glaube, ich habe das Spiel verstanden, was wir jetzt machen müssen. Aber die sind auch richtig gut, muss ich sagen. Die Dias sagt, einmal alle hier drauf und einmal hier springen. Ob da, ich glaube, das kann richtig schwierig sein, natürlich. Weil ich glaube, die sind richtig gut. Die Dias sagt, einmal alle cancel die Mod machen. Oh, wow, sieht das krass aus. Okay, das sieht nice aus. Peter sagt, einmal hier runter. Ich glaube, das wird schwieriger, als ich denke. Weil ich möchte, dass die hier alle rausfliegen. Aber die sind gut. Die Dias sagt, hinterher laufen. Die Dias sagt, stopp. Ah, ja, okay. Die Dias sagt, einmal im Kreis drehen. Alle haben verloren, außer Paul. Platzi hat gewonnen. Ich habe Dias gesagt und nicht die Dias. Er ist der Winner. Alle anderen haben hier einfach verloren, weil die nicht auf Dias, sondern auf die Dias. Und dies, das war es. Die erste Runde ist vorbei. Und Platzi gewinnt hier das Battle. Der Battle, die Dias sagt, ist jetzt schon vorbei. Weil die halt einfach nicht richtig gehört haben. Die nächste Runde, die Dias sagt, beginnt direkt wieder. Wir gehen rein. Man muss wirklich, wirklich aufpassen, was ich sage. Sonst fliegt man direkt raus. Wir sind in der nächsten Runde. Die Dias sagt, und ich bin mal gespannt, wer denn alles, was hier mitmacht und mitzuhört. Platzi hat eben gewonnen, weil er hier wirklich Dinge gesagt hat. Oh, die Dias sagt, einmal alle im Kreis drehen. Sehr gut. Die Dias sagt, wir gehen unten auf die Plattform drauf. Oh, das haben die schon mal alle sehr gut gemacht. Francesco sagt, einmal, einmal cancel die Mode. Okay. Mhm. Ah, da ist einer raus. DJ ist raus. Einmal bitte den Server verlassen. DJ ist raus. F, F, F. So, Leute. Was haben wir noch? Einmal bitte punchen. Ah, Platzi auch raus. Platzi raus. Raus, raus. Einmal bitte punchen. Hat nicht meinen Namen gesagt. Oh, der Gewinner vom letzten Mal ist einfach jetzt schon raus. Die Dias sagt, einmal springen. Die Dias sagt, einmal hier drauf. Thaddeus sagt, runter. Oh, oh, knapp. Das aber mal richtig knapp. Er wäre fast runtergesprungen. Die Dias sagt, hierhin springen. Zu mir. Paul 42 dreht sich im Kreis. Thaddeus dreht sich im Kreis. Die Dias sagt, cancel die Mode. Mh, schon mal gut. Oh, Hydro raus. Kein cancel die Mode. Raus. Raus mit dir. Auch raus. Let's go. Rote Karte. Oh, es werden immer weniger, Leute. Nunu sagt, hier oben drauf. Mh, die Dias sagt, hier oben drauf. Oh. Die Dias sagt, einmal auf gegenüberliegende Seite drauf. Die Dias sagt, wieder zurückgehen. Paul sagt, wieder hier hinkommen. Die machen das richtig gut. Das ist wirklich verwirrend. Das ist wirklich verwirrend. Aber wir gucken mal weiter, wie gut die hier sind. Aber wir werden hier jemand rausfinden. Dias sagt, einen weiter springen. Oh. Oh. Da ist einmal Toxic raus. Ich habe Dias gesagt, raus. Es werden immer weniger. Man muss wirklich aufpassen und hören, was ich sage. Sonst ist man direkt raus hier. Aber es sind schon wirklich Leute, die machen das gut. Die Dias sagt, springt einmal hier hin. Mhm. Ja, ich... Okay, okay, okay. Das war ein bisschen verwirrend von mir selber. Ich gebe das zu. Die Dias sagt, springt zwei Blöcke nach rechts. Mhm. Die Dias sagt, springt einmal. Die Dias sagt, macht einmal Cancel-E-Mode. Mhm. Die Dias sagt, macht einmal Cancel-E-Mode. Mhm. Ah, okay, das ist schon mal gut. Das wird schwieriger, schwieriger und schwieriger. Die sind echt gut da drin. Die haben das auf jeden Fall geübt. Ich merke das. Diese Leute hier, die sind wirklich Tricks, die Tricks, die rauszubringen. Das ist wirklich schwierig. Die Dias sagt, einmal springen. Die Dias sagt, einmal im Kreis laufen. Dias sagt, stehen bleiben. Oh, mein Gott. Oh, das sind welche. Mira muss auf jeden Fall raus. Er ist stehen geblieben. Mira muss auf jeden Fall raus. Das war sehr knapp auf jeden Fall. Oh, wen haben wir denn noch hier? Die Dias sagt, stehen bleiben. Die Dias sagt, weiterlaufen. Die Dias sagt, weiterlaufen. Die Dias sagt, stehen bleiben. Oh, okay. Das ist auf jeden Fall schon Tricky. Wir kriegen das. Ich glaube, wir werden von Runde von Runde zu besser. Wir müssen... Aber die Restlichen sind auf jeden Fall richtig gut hier. Wir wissen gar nicht, was wir machen müssen. Ich würde sagen, wir lassen die einfach mal ein bisschen entspannter warten. Tau sagt, springt einmal. Tadeus sagt, springt zweimal. Eli Epikelli sagt, springt dreimal. Francesco sagt, springt zweimal. Ana sagt, springt zweimal. Adidas sagt, springt zweimal. Die Dias sagt, springt zweimal. Okay. Die Dias sagt, kennst du die Maut? Die Dias sagt, wer zuerst hier ist. Oh. Oh, Jamie. Wer ist auf erstes hier? Okay. Eigentlich müssen alle raus. Aber wir machen nochmal ein bisschen weiter. Die Dias sagt, springt einmal. Oh, Leute. Das ist spannend. Die sind richtig gut einfach. Die können das richtig gut. Die haben das mathematisch studiert hier. Oder wie gut sind die bitte? Die Dias sagt, hier einmal links rüber. Oh. Raus. Kuro und Unterstrich Prime. Einmal bitte raus. Einmal bitte beide raus. Oh, aber war gut. Okay. Da habe ich euch auf jeden Fall bekommen. Jumbo war auch fast drüben. Er wäre auch fast raus. Aber hat es noch im letzten Moment gemerkt. Es sind noch drei Finalisten hier in dieser Runde drin. Wir sind mal gespannt, wer wirklich hier die Runde der Runde gewinnt. Beide Dias sagt. Und die Dias sagt, einmal zu mir. Tadeus sagt, einmal im Kreis drehen. Die Dias sagt, einmal stehen bleiben. Die Dias sagt, stehen bleiben. Die Dias sagt, stehen bleiben. Die Dias sagt, einmal hier drauf. Die Dias sagt, wer zuerst hier ganz links ist, hat gewonnen. Oh, Kuro gewinnt. Alle anderen raus. Kuro, GG auf jeden Fall an dich. Was war das denn? GG. Kuro, das war unser erstes. Die Dias sagt, wie fandet ihr es? Jumbo hat einfach komplett rasiert und gewonnen. Lasst auf jeden Fall auch ein Abo und ein Like da. Hier findet ihr noch weitere Videos, die ihr nicht verpassen solltet. Und wir sehen uns morgen mit einem neuen, coolen Video. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.